Hallo und herzlich willkommen zu Gets to the Keyboards mit mir Azureich. Mit mir Bodom Reaper habe ich angefangen zu spielen nach meinem russischen Guide. Nein, Spaß beiseite, ich zock einfach ganz normal. Ich wollte einfach nur nochmal erwähnen, dass ich ein tolles Video gemacht habe, ja, How to play like Russian. Schaut es euch an, ich habe es mal wieder gemacht, ich fand es immer noch lustig. Ja, ich lache über meine eigene Witze. Ja. Ist aber auch genau mein Humor, also. Oh lord. Ne, wenn ich ein Witz mache, ist es absolut nicht mein Humor. Ja, siehst du. Ich lache da nie drüber. Das ist auch so ein Unterschied zum Schluss bei allen. Was ich gar nicht gut finde, ist, dass ich ein scheiß Shadowfean in der Mitte habe. Aber ich dachte eigentlich, dass ich ein Support bin. Aber nein, ich bin jetzt in der Mitte, in einem Shadowfean, was ich echt nicht geil finde. Ja, mein Freund. Du hast nur gettet, was du verdienst. Weil das Last-Hitmen, und gut, er kann nicht gut Last-Hitmen, wie ich gerade sehe, ist nicht so leicht gegen die... Ja. Aber gut, äh, wir spielen mal wieder zusammen. Hm, Zeit, um das zu heißen. Äh, ja, mehr oder weniger. Wir sind im selben Spiel. Ja, ja. Ja, gut, also, ich kann total vergessen, gegen den zu den einen oder so. Das ist halt... Jetzt ist auch nicht das Wichtigste, glaube ich. Ah, ich stresse den einfach lieber. Genau, mach das. Oh ja. Ansonsten, äh, wir können über sinnvolle Themen reden. Ich hab immer noch eigentlich... Ah, du weißt, ich bin... also, ich rede nicht so viel. Ich bin in der Mitte sehr gestresst. Aber rede ruhig. Hab immer noch als Angebot für euch, weil der Reaper-Talk ja dank einem gewissen Azurich gerade auf Eis gelegt wird, weil ich immer noch auf sein Video warte. Ja. Ich dachte, das wird jetzt unser, äh, unser Running-Gag. Ja, ich mach dazu einen Azurich toll. Naja, das ist, ja, das ist auf jeden Fall der auf Eis gelegt wurde. Äh, schlage ich vor und hab immer noch vorgeschlagen, ein Video bezüglich, äh, Ukraine und so weiter zu machen, weil ich da doch die Berichterstattung ein bisschen leicht einseitig finde. Äh, falls ihr Interesse daran habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich bin da auf jeden Fall, äh, ich will nicht sagen gut informiert in dem Thema, aber ich kenn mich ein bisschen aus. Es, weil ich auch viele Freunde hab aus der Uni, die aus der Ukraine kommen, und... Was? Ansonsten, reden wir mal über unser Team, äh, ist jetzt ziemlich viel durch, äh, die Patches verändert worden, und das Interessanteste ist natürlich dein Held in Kombination mit Nikes, denn, äh, und, äh, Akonem Subdum plus Magic Community gleich, äh, Ultimate, das Nikes einfach zerstört, gleich übernicht. Ja, das Problem ist, soll ich drei Lasted Sub? Ich hab einen! Das heißt, das wird echt, hm... Also nicht nur, dass... Das finde ich aber nicht sehr... Das ist ja meine Kack 30 FPS hier echt mir... Also, du kennst ja Linas Attack-Animation, ja? Äh, ja, ja, ja! So, 30 FPS und noch ein Shadowfiend in der Mitte, der mittlerweile eh schon fast 100 Damage macht. Ähm, was soll ich da groß machen gerade? Das ist halt richtig bescheuert. Ja, das ist... Ich aber nicht sehr Hashtags-Weg-YOLO-haftig von ihr. Hä? Ich will auch mal, was das jetzt heißen sollte. Ja, vielleicht kann ich den auf Level 6 töten, oder so. Oh, ja! Ey, das geht gar nicht, ich krieg ja noch nicht mal das eigene Creep Kill, ja. Aber ich muss sagen, Shadow... äh, nicht Shadowfiend, Shadow Demon macht seinen Job eigentlich echt gut. Dass er mich hier auf Top hält. Weil, äh, Gyrocopter macht seinen Job echt schmies. Blame ja ungern Leute, die mit mir zusammenspielen. Ne, warte, ich mach das sehr gerne, aber du verstehst, was ich meine. Hörbe. Ach, der hat ja schon eine Botte. Nicht noch lange, ne, ich hab mir vorher ein Ding geholt. Ich weiß auch gar nicht, eigentlich geh ich ja nicht auf... ich hab ja mal einen Carry Guide drin, normalerweise würde ich ja nicht auf Botte gehen, aber... Aber da greift er einfach mal zur Flasche, ja? Angesichts des bösen, bösen, äh, der bösen, bösen Lane, mit der er sich konfrontiert sieht, greift er einfach nicht. Der macht 110 Schaden, was soll ich denn machen, ey? Gott, ist das behindert. Weniger trinken, mein Freund. Weniger trinken. Mann. Geh mir noch mehr. Hyrokopter ist echt nicht gut, was lastet. Ja, mit Hyrokopter, oder? Ja, ja. Hätte ich Kevin, wäre das besser da oben. Hier ist Miss... Reh. Ach, geh doch weg. Haha, Mann, ich wend's schon rum, ey. Ja, was müssen sie von mir haben hier? So, ich hab Ultimale, jetzt kann ich den eh nicht töten. Zwei und eins. Ich hab auch keinen Mann dafür. Ja, ich... Ja, tag den hier. Ich weiß nicht, was davon wer möchte. Der... Der pinke Furion und alles sind alle hier nur am... Nice. Wir haben tatsächlich first gott. Hätte ich jetzt nicht gedacht, mir ehrlich zu sagen. Hm. Ja, äh, nochmal zu unserem Team. Eigentlich sieht's gar nicht immer so schlecht aus für uns. Ich mein, äh, wenn der Hyrokopter gut ist, dann... Wär's eigentlich ganz schön. Puh, dass ich hier die Kamera hab, ne? Ey, das ist so peinlich. Ich hab sechs Last Hits. Hab drei. Und ich kann eigentlich echt gut Last Hiten, aber... ... das ist halt, ne? Ja, die Idee ist das hier. Ja, ist ja nicht nur das, das ist einfach der unfassbare Schaden von dem. Ich kann ihn ja auch nicht mal eben so töten. Ähm, ich kann eigentlich ganken vielleicht. Was hältst du davon? Oh, das wär super. Wir möchten hier echt... Ja, komm, dann gank ich einfach mal. Ich hab zwar keine Boots oder sowas, aber... Ich hab halt mein Ultimate. Weil ich... Die Mitte ist verloren. Das ist... Das macht halt keinen Sinn. Aufgeben ist keine Option! Er wird nicht kapituliert! So, ihr seht, wo ich bin. Wir sehen immer, wo du bist. Und ich geh rein! Da geht er rein! Nein! Ich mach's einfach mal. Okay, das war ohne. Ich hätte sie nicht gedacht, dass da so viel Schaden hinterher kommt. Ja, 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 ja. Er ist tot! Dreimal! Ja, also... Ja, war ein bisschen übertrieben, aber ist okay. Ja, egal. Hashtag Swakiolo. Zwei Kills ist doch gut. Hat sich gelohnt, siehste. So macht man das. Mitte verloren, einfach ganken gehen. Und die Mitte ist sowas von verloren. Wenn du weißt, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo an. Oh, wenn wir den töten können. Oh, da geht er da! Sehr schön, sehr schön. Good job, ich hab noch Facebook an. Bitte schreib mir nie alle an. Jetzt machen wir mich mal Facebook auf, wenn ich spiele. Ich vergesse das immer. Und dann höre ich immer einen Plum! Und meine Zuschauer auch Plum! Vielleicht solltest du einfach weniger Stimmen mehr hören. Ich hab gehört, Drogen sollen das ganze... Äh... Okay, ich mach mal eine kurze Pause. Ich muss mal immer ein Facebook ausmachen. Sekunde Cut. Und da sind wir auch wieder. Sorry. Unprofessionell! Unprofessionell! Aber wirklich sorry. Ich kann eigentlich wieder oben ganken, wenn ihr wollt. Ich komm einfach mal. Ich hab Ulti-Ready, ich hab Full-Mana. Ja. Ach, das klappt aber so. Dann bleib ich einfach in der Mitte. Ich könnte auch eigentlich nach unten gehen dann vielleicht. Also, er ist hier wieder miss. Ne, er ist wieder da. Das fand ich ganz nett. Das war echt gut gemacht. Ah, ich glaub ich kann die... Oh! Mh! Mh! Was war das denn? Das war... Mh! Ich krieg einfach mal jeden Spell von Lina ab. Weil sie ne heiße Schnitte ist. Heiß... heiße Schnitte. Warte, warte, hörst du mal das? Mh, lustig. Ja, ich weiß, ich geb mein Bestes. Ja, ich brauch nur Ruhe, ne? Warum hab ich jetzt nicht den Last... Siehste, ich hab acht Lastits, aber wir haben auch alle Kills. Das ist doch super. Guck mal, jetzt kann ich beweisen, dass ich eigentlich doch Lastiten kann. Ja, ich hab so hart versucht und ganz so weit. Und im Endeffekt... Das ist gar nicht wichtig. Das ist gar nicht wichtig! Mh! Das ist Flying Korea... Ey, ich dachte wir wollten nur in unseren 100sten und 150sten und so weiter. Achso. Wir machen eigentlich Serious Gaming. Ja ja, wir machen heute wirklich äh, TryHard Modus. Activated. Achso. Ja mach... Ich hab grad angerufen. Tornhaut. Ja, aber ich geh einfach nicht ran, ja? Weil ich Eis kalt bin. Ja, vielleicht hab ich dich auch grad angerufen. Ha-ha-ha. Boah, das wär ... Ey Miss Mitte! Das wär echt witzig eigentlich, oder? Das wär echt witzig halt, oder? Oh ja! Das wär echt gut! Ja, der kriegt die Rune! Rune, Rune, Rune! Ja, der kriegt die Rune! Wir können sie töten, wir können sie töten! Ich hab Ulti! Der hat nicht die Rune, der hat nicht die Rune. Den kriegen wir aber so nicht, aber da ist die Rune, ich hol mir erst die Rune. Ist wichtig. Tu das, tu das, tu das, weiu, weiu. Weiu, weiu. Nein, nein, komm, komm, komm. Serious gaming hier. Äh, ich glaub, der hat hier einen Mord. Das heißt, ich kauf mir das mal raus. Ja, ich geh da schon mal mit meinem Inclusion 2. Ich scoute das mal ab. Ja, scoute das mal ab. Check das mal ab, bitch. Ja, hier ist, ach da, links ist er. Na ja, ist ja schon. Dann können wir aber pushen. Für mir kommen trotzdem jetzt gleich Wards und ich werde die platzieren, because I'm awesome and I can. So, das sind die Wards. Hier einmal gegen Warden. Einmal vernünftig Warden. So und... So. Und einmal so. Und hier ist nichts. Oh, 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 da kommt's. Da kommt was. Er ist tot. Und ich geb dir noch nen Tango. Ich kenn dich noch einen. Ja, ich hol mir auch alles rein, was ich hab. Das war Hashtags für Q. Ja, da hat man jetzt aber auch... Das war eigentlich ganz lehrreich, weil man hat gesehen, ich hab nicht unbedingt gepanickt, als auf einmal die beiden kamen, sondern ich hab noch das gemacht, was ich noch machen konnte. Ich konnte ja Nikes nicht angreifen, hab aber dann wenigstens, ähm, der Enchantress hat alles reingeklotzt, was ich konnte. Und dann haben wir auch noch den Kampf gewonnen. Ja. Ich hätte natürlich auch einfach wegrennen können, das hätte aber nicht viel gebracht. Ja doch, man hätte es mehr reingekloten können. Weil dann hätte die Enchantress aber sehr viel mehr Schaden machen können. Ja, aber ich hätte nicht viel für erheilen können. Die Enchantress hat den Schaden. Ich weiß jetzt nicht, was sinnvoller ist. Ich geh jetzt aber nach oben. Ähm, irgendeine Idee, welches Item ich mir kaufen soll mit Necrolytes. Die Arganem Scepter denke ich mal, oder gibt's irgendwas, was in so richtig Kass overpower gemacht wird? Also ich hol mir jetzt, äh, ja, Arganem Scepter finde ich eigentlich... Ist zwar sehr cool, aber ich glaube in diesem Spiel ist das jetzt gleich nicht so... Also das Arganem Scepter ist eh immer geil auf dem Helden. Sowieso. Ja, Arganem Scepter hätte es. Mach einfach, weil... Ist neu, ist cool. Vielleicht... Ach doch, ja. Ich hol mir jetzt trotzdem erst einen Bloodstone, weil auch mein Arganem Scepter ist natürlich ideal gegen... Gegen Nyx, aber da Nyx hier eh nicht, äh, das Problem anscheinend ist. Zumindest derzeit nicht. Ja, Nyx hat 0,2. Und bei dem... Äh, wir haben ja 0,9. Naja, wir... Wir... Weapen die gerade wieder. Das ist alles. Jetzt werd ich angerufen. Haha, das bin ich am Ende. Was geht denn hier auf, ey? Aber jetzt kann ich auch nicht. Ja, dann... Ach, schau mal wie beliebt wir sind, ja? Sonst werd ich nie angerufen und jetzt auf einmal... Na ja, was ist enteinander. Ach, das Problem ist, man hört das leider bei mir auch noch. Ich muss das gleich... Ich kann da nur nicht... Gerade dran. Ja, siehst du. Was hast du denn für einen Klingelton? Auch einen ganz spannenden Klingelton eigentlich. Ja? Ja, ich hab noch kein... Ich hab noch kein Lied oder so reingemacht. Falls das irgendwen interessiert, so habe ich die, äh... Die Melodie von Guile. Das heißt also Guiles Theme von Super Street Fighter 2 Turbo. Ja, sag mir was. Das hab ich aufgetragen später mal. Okay, gut, ich hör auf. Ja, your bottom tower is under attack. Mööööööööier. Aber mana? Ne.. Du brauchst auch keine mana von mir. Manich geht ab und cheated mandких ist kein Medical verhärterter, so 8 N-Dales games. Finde man mit derБonten? Ja, das fällt mir nicht vor. Das gerät mir wirklich fundiert. Ich dachte eigentlich du denkt mit. Ja, mach ich doch. Nun hettes denn an z.Dales miedo Señörnots. Egal, ich geh aber vielleicht frei. Ja, ne. Ne, ich hab ne. Ops, er wills wieder einsch roaring. Oh, okay, ich hab ne instincts. Warte, nicht noch ne Double Damage Schuhe und wieso hast die ihm nicht abgestaubt, du Esel. Oh! Das hätten wir vielleicht timen können, aber ist okay. Ist egal. Hashtagswackiolo. Das war... ...Hatteley Return. Was für ein? Ja, dass du... ...daneben gedingenst hast. Was hab ich denn daneben gedingenst? Hat voll getroffen. Ja? Ja, hat alles getroffen. Ey, lass mir doch die denise, ich bin derjenige da von Wanda bekommen. Ja, ich kenn deinen Helden nicht. Ich bin neun Dota. Oh, da kommt Furion. Ja. Ich hatte kurzzeitig voll Angst. Ja, natürlich war unsere Absprache. Wir sind ja im Teamspiel so gut, dass wir beide unsere Ultimates gemacht haben. Ich mein, du hast den Grabstein voll erwischt, wirklich. Dieser Grabstein wird nicht mehr so schnell aufstehen, mein Freund. Ja. Der steht nicht mehr auf. Der ist jetzt extra länger auf Cooler, der Grabstein. Ja, ganz mal selber ey. Wenn schon, denn schon. I'm going. Ja, wir own die natürlich ein bisschen gerade hart, aber das liegt natürlich auch einfach an unseren natürlichen Skill. Und wir sind einfach Boss. Ja. Ja. Ja, eben. Also das liegt an unserem Militären Spiel. Da kann man einfach nicht anders. Wow. Kollege zu zitieren, wir sind halt... Ja. Guck mal, da kommt was. Eingerannt. Ich glaube, das wird jetzt nicht funktionieren. Ich mach erstmal ganz in Ruhe den Tower. Ganz in Ruhe den Tower. Keiner taggt den außer ich. Das ist mir egal. Ja, sag mal, ihr taggt denn mal einer von euch. Seid ihr bescheuert? Das ist halt deine Tore schon Frage. Wow. Wow, wow, wow. Und Ruhe, und Ruhe. Und das heißt, Fight. Ich kann nicht leiden. Ja, aber wirklich. Was geht denn ab? Ja. Ja, Mutti. Ja, Mutti. Ja, Mutti. Ja, das war wirklich bescheuert. Ja. Aber die sind auch nicht alle so hell aus unserem Team. Der Fugion spielt ganz ordentlich. Na ja, was willst du machen? Im Endeffekt. Was willst du... ne, das singe ich jetzt nicht. Was willst du, Toon? Ich wollte diesen einen, diesen einen Rapzeile singen. Nee, nee, bitte nicht. Aber das mach ich, aber wie viel ein, nein. Der einzige Rapper, den ich nie nur höre, sondern tatsächlich auch toleriere und mag, ist der Rapper Wax. B-A-X. Nee. Von dem solltet ihr euch mal den Text an, anschauen, zu We Can't All Be Heroes. We Can't All Be Heroes. Komm ich halt nicht so gern, mich nicht lieb. Oh, da kommt doch was, da kommt Shadow Pins. Nein, 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 böse, nein, nein. Böse aus, pfui. Also ich muss natürlich dazu auch noch anmerken, dass wir dieses Spiel natürlich recht früh beenden sollten, da wir im Gegnerteam so drei Carries haben. Ja, es ist leider leichter gesagt, als getan, mein Freund. Mit dem doch etwas sehr lockerem Handgelenk. Ich sehe hier lockeres Handgelenk wegen... Naja, schon gut. Ich wüsste, ich wüsste, dass das kommt. Ich wüsste. Was hat sich das Wort geschrieben? Ja. Ich wüsste, dass ich nein. Nein. So, eigentlich hast du es richtig geschrieben. Ich hab das verarschen geschrieben. Man schreibt, to lose mit einem O. Scheiße. Du bist... Du hattest es richtig geschrieben. Du hättest es einfach über dich ergehen lassen können. Dann wärst du jetzt nicht so aufgeflogen. Ja, du bist reingefallen. Ja, guck. Ich dachte, das kommt jetzt nicht mehr gut. Nee. Scheiße. Oh, Mann, ey. Das diente nur der... Das diente nur der Unterhaltung von unserem Team. Mhm. Genau. Ja, ja. Ja, wir müssten die echt mal so langsam... Na? Hm. Das hat sich wie der Titel von einem... Ähm... Avatär-Porn angehört. Wir müssten die echt so langsam... Ja, ich wollte auch eigentlich erst penetrieren sagen. Oh Mann, ey. Oh, jetzt hab ich Bild... Oh klar, wo bin... Was geht ab? Boah, ich hasse... Also manchmal... Unterstütze dich! Ah, da ist schön auf ihn! Ja, ich hatte grad den Leck des Jahrhunderts. Ja, ich hatte grad den Leck des Jahrhunderts. Ja, ich hatte grad den Leck des Jahrhunderts. Oh, was geht denn ab, ey? Sorry. Es ist Fraps. Die Fraps und Dota sind irgendwie bei mir gerade im Moment so ein bisschen auf Kriegsverhalten. Auf Kriegsfuß! Ich meine, ich war auch auf Kriegsstiefel! Ja. Oh, scheiße, war der schlecht! Stell dir mal vor, ist dein Kriegskrox! Scheiße, war der schlecht! Tut mir leid, war der fiest! Oder die Deutschen sind dann immer auf Kriegssandalen mit Tenniszocken. Hey, komm, meiner war schon scheiße, ja? Aber du hast echt die Kirsche draufgezogen. Und... Da wird aber einer geraved! Ey, das... Wir können das immer noch verlieren. Ja, können wir auch! Werden wir auch! Machen wir auch! Ja, klar, komm! Der Gyrocopter ist zwar... ...hard, aber der hat schon... ...farmen, aber es ist halt... Ja, aber er braucht halt keine Farmen! Er braucht einen Warnhof! Alter, das wird jetzt echt langsam! Sorry, guck, ich geb mein Bestes, aber was soll ich tun? Die kommen mir einfach so in den Sinn! Ich finde es immer noch lustig, dass du auf das Toulouse reingefallen bist. Oh, da ist Nike! Mann, ist doch egal! Boah, das ist Team! Warum gehen wir denn nicht nach oben? Ähm, wir ändern das jetzt den Hau! Wir haben hier doch eindeutige Anti-Worlds! Wir können doch eindeutig hier was machen! C'mon, ja, können wir wieder weggehen, ey! Ganz ehrlich! Ja, schönes Ultimate! Voll vorhauen von dir! Warte, keine Ultimate! Ah, nee doch nicht! Das sah so aus, ein bisschen wie sein Proverse Polarity! Na schau mal, stell doch vieles damals in der Welt! Was in irgendeinem Stun könnten! Oh, was macht er denn da? Warum geht er denn da ganz vorne? Boah, schön! Sehr gut! Heheh, heheheh 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 I go like the blazes! Nice! Nice! So, Heilung für alle und jetzt komm! Jetzt gehst du hier runter. Boah. Schön. Da kommt doch wieder was wieder. Ja, da kommt doch sehr stark wieder. Good job. Ah, der wird sterben. Da konnte ich leider auch nicht retten. Ich hab ihn gar nicht. Aber ich hab jetzt wieder Mana. Das war tatsächlich sehr knapp. Ja, wir müssen nur den Tower echt. Sonst hat sich das nicht gelungen. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Nein, bleib doch hier. Ja, wir müssen jetzt... Ja, ist egal. Ja, wir müssen da halt rein und den Tower. Hast du Mana für mich irgendeine Clarity oder sowas? Aber ich hab ein Ultimo. Wir müssen ja nicht mehr. Weil ich diesen Typen hasse. Das ist wahrscheinlich irgendein so ein Ruscha-Furion-Spieler. Ganz ehrlich ey. Hallo. Mein Name ist Ivan. Und ich spiele Furion. Erstmal. Was? 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 Wie? Wie? Was? Das wird nicht damit leicht Discovery sein. Sie sind ganz ungebeweis. Ja... Mir steht das nicht gerade das teuerste. Ich habe einen Akonems. Warum ist irgendwer? Juck? Oh hey! Ja, also man kann nicht sagen, dass das Spiel nicht actionreich wäre, aber es ist noch in einer Phase. Ja, ich glaube, wir werden ja aufgerieben. Ja, nee, ach Quatsch. Das kriegen wir schon noch. Wir haben Red, also ich habe jetzt, also ich bin langsam auch ganz schön hart. Jetzt habe ich meinen Bloodstone, wenn ich meinen Arnhems habe, ist da GG. Obwohl, ich hole mir wahrscheinlich nicht meinen Arnhems. Das war... Ist da gar nicht... Hat der gar nicht... Ist da gar nicht... Ah, doch, 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 der ist doch tot. Das war doch gut. Wieso nicht? Ich habe den Sand King getötet, dass der längere Zeit hat und... Sand King? Ja, aber der hat sein Ultimate gemacht jetzt gerade. Nein, 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 nein. Der ist doch sieben... Der ist noch sechs Sekunden jetzt weg. Über eine Minute. Viel länger als ich... Der Dings hat sein Ultimate gemacht. Der wer? Der Magnus. Ach so, ja. Ich dachte, du meintest mich mit der blöden Aktion. Meine Aktion war gut. Das ist schon weiß ich nicht ganz dumm. Ja, wir sollten da auf jeden Fall... So, siehst du, ich willst mich? Da! Schön! Jetzt komme ich mit Heilung! Bebleiben! Let's! Nice! Gut! Das läuft doch! Es läuft doch! So ganz kurz ein Wort setzen. Passt das auch wieder. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall diesen Druck beibehalten. Naja, definitiv. Aber es sieht gut aus. Ich hoffe doch. Wenn wir die eine Lane durch haben, dann ist es schon mal viel leichter. Definitiv. Wir können eigentlich auch. Ja, ja. Wir sollten definitiv durchmachen. Ja, wir machen da irgendwie so nen Quatsch. Das kann man sich auch machen. Ne, das ist doof. Quatsch machen ist so schade. Ich liebe diesen Tag Speed von Nina, ne? Ich frag mich wirklich was die hier feiern, ganz ehrlich. Und das teilweise nicht verstehe. Oh oh. Aber ihr wurdet geheilt. Meiner! Und ich sollte auch eigentlich... Ja, ich bin gleich wieder da. Maaan! Das ist doch... Ey, das zweite Mal! Nein! Oh Leute! Was macht er denn? Das zweite Mal, dass da ein Tower ist mit 10 AP. 79 haben wir ja noch. Ich will ein Kriegscheiße. No one likes Jackass. Mein Smartass. Jackass ist ein Esel. Jackass. Na ja. Wir haben Amerikaner, der hat Jackass gesagt. Ne, Jackass heißt Esel. Maulesel. Du Totte. Du Depp. Du Tollpatsch. Also der Amerikaner an unserer Uni hat das in dem Zusammenhang auch gesagt. Ja. Wie ein Wildfire. Ja. Und wann hast du jemals einen intelligenten Ami getroffen, der nicht gerade Neil deGrasse Tyson, Bill Nye oder sonst... Das war halt sehr rassistisch von dir. Ich weiß. America. Fuck. America! Ne, ne, das lassen wir jetzt wieder. Das lassen wir. Auch wenn das sehr witzig war. Ich weiß. Nee. Wir brauchen definitiv mehr HP, mein Freund. Gibts da was von Ratiofarm? Wir brauchen definitiv mehr Freiheit. America! Fuck. Gibts da was von Ratiofarm? Ja. Cool. Kauf mir gerne... Wie viel Freiheiten kann man denn kaufen von Ratiofarm? Gibt's denn so ein Trevor-Pack? Ja. Cool. Ich hab... Ich hab gern, anstatt dass ich... Deklo hab ich Deklo gelesen. Ja, ich nehme das aber. Ich nehme das aber. Oh, lass mich doch. Ich bin wichtig. Du bist so wichtig wie Horenkrebs. Ja, kannst du mal sehen wie wichtig das ist. Weil sie in einer Welt, wo nur einer überleben kann, will das man in deinem Leben? Den Maschinenpaulsch oder den Geologen? Bitte nicht. Die Fahrer geht doch wohl eindeutig. Da sind keiner von beiden. Die Porno-Darkstrasse, genau. Ja, ich meine, der Nikes kann gerne versuchen oben zu pushen. Wird sehr gut funktionieren. Ja. Ja, unser Dienst hier ist auch langsam ganz schön krass drauf. Oh, nice. Geht der Fahrer ein. Ach, sein Ultimate immer. Aber was für'n Kula hat'n das? Sehr gering. Was für'n Kula und sehr gering. Das war ja ne echt gute API. Ich bin auch begeistert. Lass mich doch den Trippel trennen. Ich hab'n Kula und so. 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 So läuft das mit dem GTTK. Mit dem GTTK Lina Carri Guide. Den solltet ihr euch unbedingt reinmachen. Und stopp. Attack! Jaaa. Eigenwärmung. Jaaa. Eigenwärmung. So. Geht doch. Ach, warte mal. Warte mal. Der Tower. Der f*** Tower. Steh ab. Steh ab. Steh ab. Nein! Steh ab! Oh man. Best one. Peinlich kenn ich glaub' ich nicht mehr zu überbieten. Der hat dann ein Foto von dir. Huuu. Ben! Apply cold water. Jaa. Jetzt kann ich noch mal irgendein Ultien hier. Komm schon. Ist das eigentlich ne andere Animation? Wahrscheinlich eh erst wenn er steht. Na komm schon. Ich bin doch mal irgendein Ultien hier. Wunderbar wirklich. Danke. Das war close. Das war ne KS Skill Secure. So. GG. Well played. Ja, wunderbares Gameplay. Klapp. Klapp. Ja, ich dachte erst wir würden sogar noch mal verlieren, weil ich dachte, die kriegen das noch mal rum. Aber dann haben wir wenigstens auf mich gehört. Auf den Profi. Und haben dann auch gepusht. Haha. Okay. Ja, äh. War sehr cool. Ich sag einfach mal, danke fürs Zuschauen. Kommentare gerne gesehen. Und bis zum nächsten Mal und tschüss tschüss. Ciao, ciao. Y lol.